Hi meine Lieben! Ja, wenn ihr mich seht, ich bin hier unten. Ich möchte euch heute meine ganzen Center Shorts mal vorstellen. Das ist alles in so einer Tüte von Center Shorts drin ist. Und ich setze mich jetzt mal so. Und ich fange gleich mal ab. Center Shorts von Timon Kelly. Das ist so ein gelber. Center Shorts. Center Shorts Jumping Strawberry. Kirche. Äh, Appia. Center Shorts. Center Shorts Mystery. Dann machen wir hier auch noch mal Center Shorts Mystery. Zweimal. Center Shorts Ring Cherry. Das ist Kirche Cherry. Center Shorts Spider. Greedly Spider. Center Shorts Ghost. Center Shorts Geist. Center Shorts Sprushing Cola. Also, das ist mit einer Cola. Dann haben wir hier noch zwei Gründer. Center Shorts Crazy King. Und Center Shorts Himmel Abbel. Also Abbel. Apfel. Ne? So, dann habe ich noch was gekriegt. Das habe ich auch gekriegt. Tick-Tack. In Center Shorts. Und halt Cargo mit Zigaretten. Und... Ja, mehr... hätte ich gar nicht. Ja. Tschüss. watercolor. Nichts. Ich bin fertig... una entrada. dowäge. Genau. Untertitel. Im. тер dementor.